2020 trafen sich Fahrer von über 40 Elektrofahrzeugen zur mittlerweile vierten E-Tour Brandenburg. In dieser E-Tour fuhren sie 320 Kilometer als Gruppe rund um Berlin und bewiesen, dass selbst größere Ansammlungen von Elektrofahrzeugen problemlos eine solche Strecke gemeinsam bewältigen können und die Ladeinfrastruktur nicht in die Knie zwingen. Und weil das so gut klappte und allen Teilnehmern Spaß machte, ist es Grund genug für eine Neuauflage. Als eins lieber Henning, kann ich dir versprechen, wenn du wieder rufst, dann sind wir wieder da. Und Henning hat nun mal gerufen. Und so geht es am 19. Juni 2021 zur fünften E-Tour Brandenburg. Im großen Bogen nordwestlich-westlich-südwestlich von Berlin über Neuruppin bis zur Elbe nach Tangermünde. Warum fährst du hier mit? Warum nicht? Weil es Spaß macht. Weil wir gerne mit unserem Ioniq fahren. Herr Hülleri hat seinerzeit gesagt, warum er auf dem Mount Everest geklettert ist. Ganz einfach, weil er da ist. Und deswegen fahre ich mit, weil die Tour da ist. Henning die super organisiert hat und mir dieser Tag super gut gefallen hat. Die diesjährige Tour umfasst insgesamt ca. 350 km nach Rotensee bei Magdeburg. Dort am Schiffshebewerk der Schleuse dem Wasserstraßenkreuz über Magdeburg zu einem Spargelhof bei Belitz. Inklusive Lademöglichkeiten an den diversen Zwischenstops. Und Link findet ihr selbstverständlich zur Anmeldung in der Videobeschreibung. Klickt also auf den Link, meldet euch jetzt an und macht mit uns die Straßen unsicher. Einmal quer durch Brandenburg bis raus nach Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Lasst uns einen tollen Tag verbringen mit Gleichgesinnten gemeinsam durch das Brandenburger Land. Und lasst uns dabei schöne Orte besuchen und die Landschaft genießen. Meldet euch an.